Einfach nur der Hammer. Ah, geht doch, meine Fresse. Ey! Warum spielen die nicht ab? Komm jetzt hier durch die... Boah! Schon wieder spielt der nicht ab, ey. Das ist doch einfach nur lächerlich. Boah! Das hat doch so überhaupt keinen Sinn. Boah, rein jetzt hier. Boah, ein bisschen Ballbesitz. Das bringt da nichts. Geh doch! Boah, wie der den schießt. Wie der den einfach... Wie der den nur schießt. Der Wahnsinn, ey. Oh mein Gott. Ich hab nur 13 Minuten, um meinen Tor zu schießen. Das ist aber scheiße. Was? Was? Boah, ey. Wie bitte? Was war das denn bitte? Alter. Boah, geht ja auch noch fast rein, ey. Meine Fresse. Die geht jetzt mal gar nicht klar hier. Ich brauche endlich ein Tor. Ich brauche so einen schönen Konter. Was ist los? Ja, fast. Wie bitte? Ja, 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 Mann. Wie bitte? Boah, ganz, das sind solche Spacken, ey. Das sind einfach solche Spacken. Das ist einfach der Wahnsinn, ey. Einfach weggeschoben. Hier. Boah, spack mich das jetzt ab, ey. Er hätte drin sein müssen, ey. Selbst ich hätte den gemacht, ey. Wie kann der nicht wenigstens wieder hinspringen oder so? Nein. Muss richtig abgespackt sein. Ey, bitte. Ganz ehrlich. Lauf. Boah. Gott, ey. Ey, wie die den einfach nicht hinkriegen da. Einfach nicht da durchkriegen. Denn fick dich, ey. Fick dich. So, jetzt brauche ich nochmal neue Power hier. Wie auf kann ich hier überhaupt nochmal wechseln? Einmal nur noch, oder? Boah, wieder. Hallo? Genau die Ba... Ach, da ist doch einer verletzt. Okay, dann wechsel ich den aus. Warte, was war das jetzt? Äh, rechterzentraler ist Mittelfeld. Oh, nehmen wir den. So. Kann ich noch was machen hier, oder? Oder, 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 oder? Ah, okay, kann ich nicht. Oh, das ist jetzt aber abgespackt, ey. Boah. Ich habe noch sieben Minuten. Sieben Fick Minuten, ey. Schön. So habe ich das hier. Boah. Warum ist da noch reingehend? Das ist so lächerlich. Äh, meine... Wie die nix können, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Genommen. Richtig abgespackte Scheiße, ey. Boah. Ey, wie der dann da läuft. Das geht gar nicht klar. Boah. Wie der denn den Pass spielt. Abgespackte Scheiße. Jetzt gibt ihm den Ball, ey. Meine Fresse. Boah. Dann passt ihn doch vernünftig. Nein. Boah. Hatte ihm wieder den Ball verloren, ey. Meine Fresse. Boah. Jetzt langsam riecht es mir über richtig auf, ey. Meine Fresse. Meine Fresse. Boah. Dann musst du den doch so halten, ey. Hau doch mal rein. Können wir nicht angehen. Boah. Ich habe nur noch zwei Minuten. Geh jetzt da weg. Ja, Siki. Ja, Siki. Boah. Boah. Komm, spack mir nie ab mit dem Scheiße. Zwei verdammte Minuten, ey. Ey, bitte. Spiel den doch. Oh mein Gott. Oh mein. Okay. Okay, langsam ist aber echt scheiße. Ey. Hammer. Könntest du dich jetzt mal erbarmen, da so ein bisschen den Ball? Ey. Ist ja Hammer. Wieder verliegt das Kopfball, ey. Oh mein Gott. Ja, ey. Mein Gott, ey. Jetzt spiele ich die nicht so rein. Dann könnt ihr sowas von vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, dann vielleicht doch. Komm, Pirlo, der kann das. Nein. Wie die einfach nichts können. Vor allen Dingen keine Kopfballer, dann verliere ich hier fickig gegen Rom, ey. Kein Anfang, ey. Oh mein Gott, dann läuft doch super. Boah, der bewegt auch nicht seinen Arsch, ey. Meine Fresse, Ibrahimović, ey. Richtig nice gerettet, ey. Boah, das kippt ja überhaupt nicht. Warum sind diese Spieler eigentlich immer so abfuckspannend, ey. Komm, noch einen. Noch einen, noch einen. Nein, nicht zu dem. Pfeifen, verdammte Scheiße, nochmal. Oh, okay, dann. Ne, doch nicht. Warte, warte noch. Warte mal abpfeifen. Pfeifen. Oh, fuck. Aus der zweiten Reihe hat nichts gebracht, aber meine Fresse, war das wieder knapp, ey. Boah, die vorletzte Aktion, ey. Meine Fresse. Ja, dann geht's mal wieder standardmäßig. In die fucking Verlängerung. Und dann machen wir natürlich wieder mit diesem klassischen Spiel. Robert wieder einen Stoß und alles ist auf null gesetzt. Los geht's, ey. Boah, das ist der Wahnsinn, ey. Ach, fuck. Boah, wie beruhigt ich gerade bin, ne. Das ist... Pfff. Das ist doch schon wieder erledigt mit dem Beruhigzeug. Gott, ey. Die vorletzte Aktion mach ich dir noch wieder rein, ey. Boah. Ah, fuck. Boah, fuck. Boah, der hätte auch anders ablaufen können. Boah, nein, da wollte ich genau jemanden abziehen. Oh. Hä? Habe ich nicht gecheckt. Boah, genau. Wenn er es geschnuppert hätte, ey. Meine Fresse. Boah, nee, ey. Ey, komm. Kannst du dich angeln, ja. Meine Fresse, geht doch. Ich habe schon mal voll am Durchdrehen hier. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Lauf. Stringt euch doch mal an, Leute. Ich dachte, ihr seid ein Meiler. Oh, mein Gott. Gar nicht klar. Oh, 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 mein Gott. Oh, mein Gott. Oh. Komm, hast du. Oh, mein Gott. Das war umlocken, die Typen da. Hö, hö, hö. Nein, nein, mach das nicht. Haus jetzt. Pff, abspack, ey. Mein Gott. Boah, wie die einfach nicht in den Ball kommen, ey. Was? 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 Der cooler Ball. Geht ja gar nicht klar. Geht ja sowas von überhaupt nicht klar. Was für ein Lacker, ey. Alter. Ja. Auf, doch. Ey, bitte. Der hätte drin sein müssen. Fick dich, ey. So eine Spack-Scheiße, ey. So. Ja! Wieder ihr Brüner, Bitch, ey. Meine Fresse. Endlich mal wieder ein Kopfballtor. Oh ja. Oh ja. Oh. Haben wir geil. Ein Trophäe bekommen. Flank-Eingeber. Konnte ich ja vorher noch nie. Das ist ja... Oh, geil. Jetzt zieh ich mir nochmal rein. Jetzt komm. Oh. Ist halt drin, ey. Oh my God. Okay, das reicht's. Ey, warum muss das jetzt hier wieder so enden, ey? 5 zu 5.